hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kanalvorstellung heute der kanal the grey wolf let's play so cool auf jeden fall sind gerade auf der übersicht und schon der banner hier richtig schön gemacht upload plan montags bis freitags 16 uhr verspätung können vorkommen ja ist ja immer mal so man muss halt nicht so ganz tragisch nehmen wenn man ein bisschen später wird aber ich denke mal es wird sich schon zum größten teils immer gut und dran gehalten sieht richtig schön aus hier die wolken da unten haben wir noch live stream irgendwann mal mit google plus und hier oben der geile wolf und wir gehen auf das übersichtsprogramm gehen wir gleich näher ein jetzt gehen wir erstmal die kanalinfo und schauen mal ich lese mal vor hallo herzlich willkommen in unserem revier dieser kanal wird von vier leuten betrieben ben yo master son the blood lover dan master lp und blade trinity hört sich ja richtig cool an sogar vier leute dann sind auf jeden fall jeder kann irgendwie was machen und hochladen dann kommen auf jeden fall immer videos weil es immer umso mehr umso besser sage ich mal wir haben uns vorgenommen unsere videos humorvoll und informativ zu gestalten natürlich darf auch der spaß am spiel nicht fehlen da ich ben yo master sunwürfe sehr mag und möchte dass diese wunderschönen tiere in frieden leben können wird einen teil des geldes was mit diesem kanal verdient wird an manche tierschutzorganisationen gespendet natürlich werden wir auch für andere tiere spätten aber das alles leider erst später möglich unser kanal beinhaltet die spiele gameplays horror action survival strategie adventure und manches mehr wenn ihr meint dass wir irgendwas besser machen könnten dann könnt ihr uns gerne über youtube eine private nachricht zukommen lassen ihr habt ein bestimmte spiele wunsch dies könnt ihr uns auch per privatnachricht oder youtube mitteilen aber bedenkt dass wir entscheiden ob wir dieses spiel jetzt wählen oder nicht na ganz klar auf jeden fall live stream haben wir hier noch irgendwann mal google plus 39 abonnenten 3047 aufrufe und beitritt am 12.05.2013 richtig cool also auch zur information hier mit den spenden das finde ich sehr cool gemacht muss ich sagen und ja wir sind wirklich sehr schöne tiere muss ich sagen ich hätte gerne auch mal so ein werwolf gesehen so als mensch so aber naja ist halt ein märchenfilm aber wölfe oder so wenn man mal im zoo ist die tiere wenn man die sieht ja die sind schon sehen schon echt cool aus und muss ich sagen super coole idee und ich hoffe ihr habt wirklich erfolg damit und ihr spendet das also da kann ich euch nur daumen hoch geben ist auf jeden fall eine coole aktion und vor allem sind ja es gibt ja noch viele weitere tiere die unter naturschutz stehen und auf jeden fall eine coole sache für den für den wolf ja kann ich nur loben auf jeden fall muss ich ja noch mal erwähnen super coole sache ja dann gehen wir auf die playlist und schauen mal rein was sie anzubieten haben let's play twilight princess 108 videos tutorials und vorstellungen haben auch fünf videos von minecraft zu herobuhen ein video minecraft mario kart mario kart liebe dieses spiel super geil minecraft 5 nights and fridays hört sich auch cooler an rage games 5 night at fridays oder freddy sogar freddy natürlich so gut portal let's fight minecraft let's fight minecraft der herr der ringe die gefährten naja der ring ist auch ein geile spiel und letztes jahr ja da kommen ja mit sicherheit noch jede menge videos und sieht auch richtig gut aus dann würde ich sagen schauen wir doch mal gehen wir über sich da kommt doch eins ne ja das intro schauen wir uns doch mal an ja saubär richtig cool muss ich sagen auch mit dem wolf der so jault also wenn ich immer zum zocken komme dann jaul ich auch immer weil ich mich total freue da dir nicht zocken kann und finde ich super cool auch das intro hier mit eurem namen da drin also das habt ihr echt gut gemacht also kann ich gar nichts anderes zu sagen coole sache ja gehen wir noch mal schnell drauf ein hier was haben wir denn übersicht haben uploads sehen wir hier was neuestes gerade hochgekommen ist vor einen tag vor eine woche also jede menge dann haben wir hier erstellte playlists da wurde gerade was rausgelöscht ist ja nicht schlimm oder in bearbeitung kommt ja auch mal vor muss ja auch sein dass die videos schön sind und habe gerade schon gesehen hd war hier habe ich richtig geguckt ja 27 ap also auch die videos in hd alle richtig cool was haben wir noch durch diese coolen typis wurden wir inspiriert ja grong sarza die kennen wir ja alle und hier noch ein paar andere und schöne coole sache ja so fing das mal an und jetzt sind so viele die das machen und ich finde das ist auch eine richtig coole idee weil es gibt halt auch millionen tausende von spiele und jeder spielt was und dann ist das natürlich schon cool da hat man auf jeden fall eine große auswahl ja sieht doch cool aus jetzt gehen wir mal auf videos hier seht ihr schon zack 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 ich würde sagen wir klicken noch mal was an weil das intro war zu kurz ich mach mal hier ich hab noch nicht einfach mal rein gehen wir mal in die mitte schauen wir mal was passiert weil er merkt nix von die schulter geschlitzt gestochen und dann ich hab den freund getötet und du bist jetzt auch dran und jetzt einfach hier die vögel abknallen ist ja schon mal geil dass man irgendwo mittendrin einfach wenn man was anklickt erstmal hört geschlitzt und abknallen also saugut gemacht muss ich sagen ich sag das auch immer gerne in mein let's place abschlitzen wegmurksen und alles supergeil auf jeden fall lustig hört sich gut an bildqualität ist auch hier 720 so cool auf jeden fall hat sich gut an angehört und sollte man sich auf jeden fall mal reinziehen dann gehen wir noch mal kurz durch hier kanäle aber bestimmt auch ein paar ich bin auch wieder drin das freut mich das schon das habe ich gar nicht gesehen vorher coole sache auf jeden fall und sieht auch richtig schön voll aus belebt hier und diskussieren was haben wir denn da ah ja da oben haben wir noch was ja auch richtig viel los hier man sieht schon und auch wenn überall antworten gegeben man sieht es also wenn man fragen oder anregungen hat werden sofort auch beantwortet finde ich auch eine coole sache auf jeden fall so mein feedback ja erstmal intro sieht sehr cool aus mit den ideen mit dem wolf da noch mal daumen hoch für das mit dem wolf dass man da was spenden möchte finde ich sehr klasse und mit den videos das wird auf jeden fall eine richtig coole sache bleibt da dran macht immer schön weiter und liebe zuschauer die kanal vorstellen schauen schaut hier mal unbedingt mal rein ist auf jeden fall eine gute sache und wenn ein video gleich mit schlitzen und vögel abbann anfängt dann ist es auf jeden fall sehenswert ja das muss ich ja noch mal sagen ja ich bedanke mich und ich hoffe ihr werdet noch viele zuschauer bekommen ich wünsche euch dann alles gute und vielen dank liebe zuschauer dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns in der nächsten kanalvorstellung danke eure war noch ciao